Wenn Sie zum Arbeiten nach Bern kommen, werden Sie wahrscheinlich an der Peripherie zu tun haben. Die grossen Unternehmen sind in Bern etwas ausserhalb zu finden. Ein Ring aus Industrie und Wohnraum umschliesst das historische Zentrum. Die Distanzen sind aber so kurz, dass man ohne weiteres im Zentrum wohnen und an der Peripherie arbeiten kann. Der öffentliche Verkehr ist hervorragend ausgebaut. Tram, Bus und S-Bahnen verbinden die verschiedenen Gebiete im Minutentakt. So gibt es in Bern denn auch keine Industriegebiete, die man nicht mit dem öffentlichen Verkehr erreichen könnte. Dafür ist der Privatverkehr etwas eingeschränkt worden. Die Altstadt ist weitgehend verkehrsfrei und nur für den öffentlichen Verkehr befahrbar. Parkmöglichkeiten gibt es wenige und wenn, dann unerfreulich teuer. Das Verkehrsnetz in Bern ist sternförmig angelegt. Alle Linien treffen sich am Hauptbahnhof. Dies ist der Dreh- und Angelpunkt des Systems. Hier steigen täglich tausende Pendler aus oder um. Deshalb ist die Lage des Hotels Bristol optimal. Zu Fuss erreichen Sie den Hauptbahnhof und die Nahverkehrsmittel in zwei Minuten. Von dort sind alle Destinationen rund um Bern in wenigen Minuten mit zuverlässigen, günstigen und bequemen Verkehrsmitteln erreichbar. Dank der idealen Lage direkt am Bahnhof sind Sie im Hotel Bristol so positioniert, dass Sie abends die Vorzüge der Stadtlage geniessen können, am nächsten Morgen aber schnell wieder in der Peripherie bei Ihren Kunden sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017